Behindertensportler des Jahres 2014 ist zum fünften Mal in Folge Martin Falsch. Das ist sensationell. Ich habe mir das nicht glauben können und ich kann es auch noch nicht glauben, dass das fünfmal überhaupt möglich ist, dass es mich die Leute so gerne mögen. Ich denke, das kann es nur so sein, weil ich weiß nicht, wie das zustande kommt.